So Leute, noch ein letztes Mal die Liden, der i7-8700K kehrt zurück, ja, mein eigentlich liebster Prozessor, den ich... ...zurück, ja, mein eigentlich liebster Prozessor, den ich eine lange Zeit auf dem Kanal tatsächlich benutzt habe. Zum Streamen, zum Rendern, wirklich ein enormes Powerhouse. Dieser Prozessor ist in meinen Augen zumindest für den Preis, zu dem er damals unterwegs war. Zwischen 3 und 400 Euro konnte man das Teil ohne Probleme besorgen. Der i7-9700K siedelt sich leider über 400 Euro an und der i9-9900K entsprechend über 500 Euro. Das ist in meinen Augen zu teuer, vor allem für den i7 ohne Hyper-Threading. Macht in meinen Augen wenig Sinn, ja. Und zumindest der i7-8700K war zumindest fürs Erste der letzte i7 mit Hyper-Threading. Sechs Kerne, zwölf Threads. Das Ganze ist das, was Ryzen mit dem Ryzen 3 3300 und 7 Nanometer für den geringen Geldbeutel anbieten wird. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dort an Takt möglich sein wird. Und dementsprechend dachte ich mir, es wäre nicht verkehrt, zumindest bis dahin, bis AMD eben mit den 3000er CPUs auf den Markt kommt, einen 8700K wieder in meinem Gaming-System und Streaming-PC-Hauptrechner zu haben, um eben mit der RTX 2070 eine richtig schöne Gaming-Kombo abzugeben. Das ist zumindest erst mal so das Konzept. Und wie bereits gesagt, wir werden uns heute den i7-8700K schnappen. Silikonkleber habe ich da. Ja, die Leading-Tool habe ich entsprechend auch. Und wir werden jetzt die Sachen hier alle einmal auf den Tisch hauen. So, Wärmeleit, Paste, beziehungsweise Liquid Metal ist natürlich auch am Start. So, und dann werden wir jetzt gleich den i7-8700K köpfen. Ich hoffe jetzt aber richtig das letzte Mal, die Leading auf dem Kanal hier, denn ich habe das schon einmal gesagt, als ich den X299-Prozessor eben den i7-7820X geköpft habe. Ja, das war für mich eigentlich das letzte Mal, wo ich es als notwendig angesehen habe, denn Intel hat angefangen zu verlöten, was daraus geworden ist. Ja, es ist alles verlötet. Die gesamte neunte Generation, zumindest im i7- und i9-Bereich, ist verlötet. Auch die Skylake X-Prozessoren eben auf der X299-Plattform, die ganzen neuen Revisions sind allesamt verlötet. Und das erspart einem natürlich das Köpfen. Ja, nichtsdestotrotz ist Flüssigmetall immer noch besser, als das Lot-Zinn, beziehungsweise Indium, das Intel eben verwendet hat. Ja, dazu gab es mehrere Tests. Der Bauer hat selbst sozusagen das Ganze ein bisschen unter die Lupe genommen und festgestellt, okay, das Liquid Metal ist immer noch besser. So, es ist zwar natürlich von den Temperaturen besser geworden und es ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung, aber immer noch nicht optimal. AMD und die Ryzen-CPUs sind allesamt verlötet, abgesehen von den APUs, also der 2400G und 2200G sind eben nicht verlötet. Es ist immer noch die C231er-Batch vom 8700K, die ich auch damals schon getestet hatte. Dementsprechend erhoffe ich mir hier wirklich einen hohen Takt und zumindest angenehme Temperaturen, wenn ich mit niedriger Spannung arbeiten werde. Denn ich werde den 8700K eben in einem sehr kleinen Gehäuse verbauen und den alten für einen Blackridge mit einem Low-Profile-Kühler und einem Low-Profile-Kühler eben zum Einsatz bringen. Dementsprechend habe ich nicht so viel Spielraum, was natürlich das Übertakten angeht, aber ich möchte entsprechend das Maximum aus der CPU rausholen, was eben in Kombination mit dem 120mm Lüfter und dem sehr, sehr kleinen Kühlkörper eben möglich ist. Und dementsprechend komme ich um das Dealing nicht drum rum. Viel Spaß beim Zuschauen! Viel Spaß beim Zuschauen! Viel Spaß beim Zuschauen! Viel Spaß beim Zuschauen! Bis zum nächsten Mal. 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 Und ich verabschiede mich jetzt an der Stelle ganz herzlich bei euch. Und wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GagsTV. Bis dahin, wie jedes Mal, Gaming Fitness, Let's You See on GagsTV.